Erst vor kurzem haben wir die erfreuliche Nachricht bekommen, dass das MonsterVerse fortgesetzt wird, beziehungsweise dass wir eine Serie erhalten werden, die zwischen Godzilla 1 und Godzilla 2 spielen wird, mit dem Titel Monarch. Das ist der aktuelle Titel, der sich noch ändern könnte. Aktuell ist die Serie allerdings als Monarch oder eben auch als Hourglass betitelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir nun also auch eine Fortsetzung bekommen, die nach den Eierklassen von Godzilla vs. Kong spielt, ist enorm gestiegen und Fans spekulieren hier sehr stark auf einen Godzilla 3 oder eben auch auf einen Son of Kong. Zu Son of Kong habe ich schon ein Video gemacht, das ich hier oben mal verlinken werde. In diesem Video möchte ich aber mit euch über Godzilla 3 sprechen. Wenn der Film kommt, wie könnte er logischerweise weitergehen? Ich habe da eine Idee, also dranbleiben. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und damit herzlich willkommen hier im anderen Kaijuverse zu einem neuen Kaiju-Video. Diesmal eben um die genannte Thematik Godzilla 3. Wie könnte das Ganze logischerweise weitergehen? Und ich habe hier auch mal eine kleine Umfrage gemacht gehabt. Diesmal bei mir auf WhatsApp, das heißt relativ persönlich. Trotzdem sehr interessant, was dabei rausgekommen ist. Und zwar habe ich da einfach mal ein paar Leute gefragt. Was meint ihr, wer denn der nächste Gegner in Godzilla sein könnte? Da ist sehr oft der Name Violante gefallen. Oder eben auch Destroyer, der große Obermacker, der Oberbösewicht von Godzilla. Ich sage aber ganz ehrlich, glaube ich nicht. Für mich macht nur ein Feind wirklich Sinn, in einem Godzilla 3 aufzutauchen. Und das ist Space Godzilla. Warum das so ist, kann ich relativ simpel erklären. Nach Godzilla vs. Kong haben wir bereits alle Bausteine gelegt, die einen sinnvollen Einsatz von Space Godzilla im Monsterverse ebnen könnten. Vielleicht mal ganz kurz zur Grundgeschichte. Für alle, die ihn nicht kennen, wer ist Space Godzilla überhaupt? In der Original-Toro-Reihe. Space Godzilla entstand aus den Godzilla-Zellen, die ins All gelangt sind. Diese Zellen wurden von einem schwarzen Loch eingesaugt und von einem weißen Loch wieder ausgespuckt. Daraus waren die Godzilla-Zellen einer riesigen Energie aus Sonnenexplosionen ausgesetzt. Und haben dann angefangen, sich mit einer Art Kristallentstehung zu verbinden. Was auch das optische Design von Space Godzilla erklärt. Die Grundprämisse ist eben einfach hier, dass die Zellen von Godzilla irgendwie ins Weltall gelangt sind. Und dadurch dann mutierten. Und so kam dann Space Godzilla zustande. Und ich bin der Meinung, dass wir einfach jetzt schon diesen Plot in die richtige Richtung gelenkt hätten. Denn wenn wir uns mal überlegen, was bisher im Monsterverse alles passiert ist, wäre es logisch, dass wir jetzt im nächsten Film uns Gedanken darüber machen, sollten wir vielleicht ins All fliegen. Im 2014er Godzilla haben wir festgestellt, dass diese Kaijus eine Gefahr für uns darstellen. Sie sind wirklich da, sie leben unter uns. In Godzilla 2 haben wir dann festgestellt, ey, okay, es gibt anscheinend wirklich einige mehr von diesen ganzen Kreaturen. Und in Godzilla vs. Kong haben wir dann gemerkt, die leben in einer Hohlerde. Warum sollten wir also nun ins Weltall fliegen? Ganz einfach, wegen Ghidorah. Bereits im Film haben wir festgestellt, dass Ghidorah nicht von der Erde stammt. Sowohl in Godzilla 2, King of the Monsters, als auch in Godzilla vs. Kong war Ghidorah quasi der große Endspieler. Ich weiß, in Godzilla vs. Kong war er in Form von Mechagodzilla tätig. Aber es waren immer noch Ghidorahs Zellen. Es würde also Sinn machen, dass man jetzt den Weg geht und versucht herauszufinden, wo Ghidorah überhaupt herkommt. Die Menschen könnten also nun Interesse daran haben, ins All zu fliegen, um irgendwie hinter Ghidorahs Geheimnis zu bekommen. Dass sie vielleicht herausfinden, okay, wir müssen diese Spezies jetzt finden, um herauszufinden, was für eine Gefahr die wirklich darstellen. Möglicherweise ist das sogar der Einfall von Monarch. Möglicherweise führt uns die Serie Monarch ja letztendlich dahin, dass die im neuen Godzilla 3-Film versuchen, im All die Ghidorah-Spezies auswendig zu machen und dabei Material benutzen, aus dem Mechagodzilla gebaut wurde. Aus dem Kampf Mechagodzilla vs. Kong vs. Godzilla, also Mechagodzilla gegen Kong und Godzilla, könnte DNA von Godzilla an Mechagodzilla haften. Diese Teile werden nun eine Art Raumschiff verbaut, wird ins All geschossen und so gelangen Godzillas Zellen dann ins Weltall. Ich finde, das ist eine relativ schlüssige Idee, das mit Monarch sei erstmal dahingestellt. Dass man aber nun die Tatsache nimmt, dass wir Ghidorah bereits schon in zwei Filmen als große Gefahr hatten, dass man jetzt eben sagt, okay, wir wissen, dass diese Kreatur wohl aus dem All kommt, also lasst uns ins All fliegen und herausfinden, was es mit dieser Spezies wirklich auf sich hat, wo kommen die her, warum gibt es die überhaupt. Und dabei könnte dann eine Kreatur wie Space Godzilla erschaffen werden. Nebenbei könnte man so auch noch weitere Geschichten mit einführen. Man könnte das auch so drehen, dass Ghidorah eventuell auf der Erde immer noch für Zirkus sorgt, weil seine Zellen, seine Gehirnaktivitäten immer noch funktionieren. Und man sich eben deswegen denkt, okay, wir müssen jetzt ins All fliegen. Während dann die Menschen im All sind und Space Godzilla erschaffen wird, könnte man auch das Geheimnis von Ghidorah ein bisschen weiter ausbauen. Vielleicht für einen vierten Film, wie auch immer. Deswegen bin ich der Meinung, dass Space Godzilla total Sinn ergeben würde als nächsten großen Antagonisten in dieser Godzilla-Reihe. Wie das Ganze umgesetzt werden würde, ist dabei fraglich, weil Space Godzilla einfach mal so aussieht und sowas kann. Aber ich meine, ey, wir haben jetzt den Trash-Faktor auch im Monsterverse schon relativ weit hochgeschraubt, bin ich der Meinung. Wir waren einfach in der fucking Hohlerde gewesen. Da können wir auch ins All fliegen und es mit Space Godzilla aufnehmen, bin ich der Meinung. Soviel einfach mal zu meinen Gedanken zu Godzilla 3. Jetzt, wo das ganze Monsterverse nämlich wieder langsam Fahrt aufnimmt, glaube ich, wir können aktuell mal hin und wieder über bestimmte Sachen spekulieren. Das ist ein Video, das nur auf meinen Theorien beruht. Eben, das sind keine Fakten. Das waren einfach meine Gedanken zu dem Ganzen. Jetzt bin ich darauf gespannt, was du für Gedanken hast. Was meinst du, was könnte einem Godzilla 3 wirklich passieren? Wer könnte der Antagonist sein? Schreib es mir in die Kommentare unten rein. Ich freue mich drauf. Und eben gerade habe ich es ja schon erwähnt, wir bekommen eine Godzilla-Serie bzw. eine Monsterverse-Serie mit dem Titel Monarch, so ist es eben aktuell noch verkündet worden. Dazu habe ich dir auch mal ein Video gemacht. Wenn du die Infos dazu wissen willst, klick einfach das Video hier oben an. Und wenn du dich für den großen Krieg der Kaijus, der Kong-Spezies und der Godzilla-Spezies interessiert, habe ich hier unten noch ein Video für dich. Das kannst du dir gerne anschauen. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.